Ich hatte mal wieder Lust auf ein paar neue Missis und habe im Online-Shop diese heißen Trader hier gefunden. Aber hat mein Kleiderschrank überhaupt das passende Outfit dafür? Kurzer Check und nein, hat er natürlich nicht. Also, welche Möglichkeit haben wir jetzt? Richtig, wir machen ein DIY und gehen shoppen. Denn mit einem weißen T-Shirt macht sich der Bartik-Look einfach mal am besten. Ihr schnappt euch ein paar Schnipsel-Gummis und dreht hier so kleine Knötchen oder Blümchen ein, das könnt ihr jetzt beliebig oft machen und fixiert hier richtig gut mit den Gummis. Dann gibt es spezielle T-Shirt-Farben in Sprayform oder ihr füllt euch einfach selber Seitenmalereifarben in Sprühflaschen um. Und dann kann eigentlich auch schon losgesprüht werden. Das könnt ihr beliebig oft machen, immer ein bisschen weiter weg, dann ein bisschen näher. Dann bekommt ihr nochmal so einen extra coolen Bartik-Look hin. Das Ganze natürlich vor der Unterrückseite. Und besonders wichtig ist jetzt, dass ihr das Ganze kurz antrocknen lasst. Und bevor ihr dann endlich diese Gummis rausmachen könnt und sehen könnt, ist es was geworden, ja oder nein? Und ich würde mal behaupten, ja doch, kann sich sehen lassen. Jetzt nochmal kurz gut durchtrocknen lassen, bügeln, durchwaschen und schon seid ihr fertig. Dies hier übrigens ist mein Lieblingsoutfit. Wie findet ihr es? Und ich würde sagen, mit den Schuhen dazu, mega. Und da ich mich immer nicht entscheiden kann, gibt es auch noch gelb.